Hallo und herzlich willkommen bei der Linken, dem Deutschen Bundestag. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Die Commerzbank sagt, 7% geht das Bruttoinlandsprodukt nach unten. 5 Millionen Arbeitslose soll es geben, nächstes Jahr 4,5 Millionen schon dieses. Und wir alle wissen, dass es in Wirklichkeit jetzt schon viel mehr sind, aber die Bundesregierung die Statistik bereinigt hat, wie das so schön heißt. In dieser Situation sagen wir von der Linken, wir brauchen keine Schutzschirme für Banken und Spekulanten, wir brauchen einen Schutzschirm für Menschen. Und das heißt im Klartext, dort wo Unternehmen geholfen wird, durch den Staat, wollen wir, dass dieses Geld in die Beteiligung der Beschäftigten umgewandelt wird. Dort, wo der Staat selber Arbeitsplätze schaffen kann, muss er das tun. Wir wollen eine Million zusätzliche Jobs im öffentlichen Sektor, in den Krankenhäusern, bei der Pflege, im Umweltschutz, in der Bildung. Da gibt es viel zu tun. Wir wollen Arbeitszeitverkürzung statt Massenentlassungen, wie sie jetzt angekündigt werden. Und wir wollen, dass es den Leuten, die dringend Geld brauchen, weil sie arm sind, knapp leben müssen, dass es denen besser geht und nicht den Großen in dieser Gesellschaft. Wir wollen, dass die Reichen Millionärsabgabe zahlen und ein Mindestlohn von 10 Euro eingeführt wird und die ALG II-Sätze auf 500 Euro erhöht werden. Die Menschen, die arm sind, werden das Geld ausgeben und damit die Konjunktur ankurbeln. Die Reichen werden es nur weiter spekulativ anlegen. Schutzschirm für Menschen. Darum geht es jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017